So Leute, ich stehe gerade hier vor den Toren des Thüringer Waldes in Uertruf. Ich mache heute mal das Nachkommando, weil ich leider nicht heute Morgen losfahren konnte. Aber ich treffe gleich meine anderen Kumpels. Auf geht's! Luisenthal. Gleich fängt der Spaß an. Ich freue mich schon. Ich war schon so ewig nicht mehr hier. Das war noch Zeit lange her. In diesem Sinne, einen schönen Gruß ins SV Raider Forum. Ich lasse mal ein bisschen Abstand. Ich komme! Frische Luft. Herrlich. Mein Motorrad freut sich auch, so frische Luft einzuatmen. Ich fahre sowieso einmal runter und dann fahre ich wieder hoch. Bis gleich. Ach komm, ich fahre jetzt mal hier rein und warte auf die anderen. Du, 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 du. Das war's für heute. Ah, dann halt nicht. Ach Leute, die haben keinen Bock. Ja, dann halt nicht. Trotz der Abstecher über Petriroda. Okay, was auch immer Petriroda ist, aber auch egal. Und Radio kommt auf die Uhr. Oh, es ist schön. Es wird Richtung Hübstedt auf der Nebenstrecke. Es ist spannender als auf der Hauptstrecke. Oh, das erste Mal mit dem Motorrad auf dem neuen Asphalt. Sehr lecker. Mal schauen. Sehr lecker. Sehr lecker. Sehr lecker. Hübstedt auf dem Leer Christian. Vielen Dank.